Willkommen bei der 23. Episode von Flo und Benze. Ich bin der Flo und heute geht es um die Frage, wie mit der Work-Life-Balance eigentlich umzugehen ist. Was macht das Leben? Was macht die Arbeit? Wie kann man einen guten Ausgleich finden? Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich möchte diese Woche über das Thema Work-Life-Balance sprechen, weil es sich angeboten hat, diese Woche, dass ich auf einem Termin war, auf so einer Office-After-Work-Party, glaube ich, kann man das so weit nennen. Und da waren einige gute alte Freunde, Ex-Arbeitskollegen etc. dort, mit denen ich früher viel zusammengearbeitet habe. Und zum Abschluss der einführenden Worte hat dann mein erster Chef Folgendes von sich gesagt. Also er findet das jetzt ein bisschen interessant mit diesem ganzen Work-Life-Balance und er versteht nicht ganz, wie das funktionieren soll. Weil wie soll denn das Leben ohne die Work funktionieren? Wie soll es Work geben ohne Leben? Also das ist für ihn einfach nicht ganz einleuchtend. Weil er halt sozusagen, er sagt halt, er ist aus der alten Schule und für ihn war halt die Arbeit immer Teil des Lebens. Weil wenn man das auf einmal anfängt, auseinander zu dividieren und sagt, naja, jetzt gehe ich halt arbeiten, dann auf einmal passiert irgendetwas und dann auf einmal ist wieder Leben. Also das versteht er einfach nicht. Wie soll das jemals wieder zusammenfinden? Wie soll das einen Menschen ergeben, sozusagen, der für sich da ist, der für die Arbeit da ist und im Idealfall auch für eine Familie und ähnliches? Kannst du mit diesem Ansatz sozusagen ein bisschen was anfangen oder wie würdest du das sehen? Ja, ich meine, ich glaube, mit dem Ansatz kann jeder was anfangen, weil uns der Begriff schon lange quasi bekannt ist. Aber ich kann nicht mit der, ich kann nichts mit der fehlenden Perspektive auf andere Menschen anfangen. Weil das ist schön und gut, dass es quasi bestimmte Menschen gibt, die das Problem unter Anführungsstrichen daran nicht verstehen. Es gibt trotzdem ganz viele Menschen, denen für dich das unheimliche Probleme macht und denen das eine und oder das andere in Kombination halt unheimlich viel Stress macht. Und ich glaube, da kann man, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, vor ewig vielen Wochen jetzt schon gefühlt, wo wir immer wieder dieses Thema so gedroppt haben. Das kann man auch nicht leugnen, dass jetzt während diesem ganzen Home-Office-Boom der letzten 18 Monate, kann man nicht leugnen, dass Menschen unter mehr Stress waren, weil sie das Gefühl haben, mehr arbeiten zu müssen und weniger vom Leben haben. Sehr grob gesagt und haben wir auch vielleicht nur ganz kurz ausgeführt, aber es ist ja relativ einleuchtend, dass man keine Trennung zwischen dem normalen Tag und dem Arbeitsbeginn hat, weil ich vielleicht von der Couch aus arbeiten muss, wo ich so oder so meinen Kaffee getrunken hätte oder gefrühstückt hätte. Oder vielleicht mit der Familie in der Küche gemeinsam frühstücke und dann geht die Familie tendenziell in den letzten 18 Monaten auch nur ins eigene Zimmer, wenn es das gibt, um quasi die Schule zu machen oder Sonstiges. Und ich arbeite dort weiter. Das heißt, das war einfach so eine grenzenlose Verschiebung der sozusagen Prioritäten, weil man ging von der, unter Anführungsstrichen, Freizeit oder Familienzeit sofort in die Arbeit über. Und das ist, für ganz viele Menschen war das nicht gut oder nicht gesund, weil das braucht man. Also das unterstützt für mich so ein bisschen natürlich das Argument, was da gekommen ist, nämlich ja, das eine kann nicht oder das andere funktionieren, aber genau das ist ja das Problem für viele. Also es muss einfach eine klare Trennung geben und einen klaren Rahmen geben, wann das eine beginnt und das andere aufhört. Und da entsteht ja diese Balance. Das heißt, es geht, glaube ich, nicht um die Frage, gibt es das oder gibt es das nicht? Oder kann ich das nachvollziehen oder kann ich das nicht nachvollziehen? Das heißt nur, dass man vielleicht selber schon diese Grenze sozusagen für sich selber schon im Griff hat, sozusagen. Also es ist, zu sagen, dass man das nicht versteht, das finde ich ein bisschen empathielos. Aber ich verstehe die Idee dahinter, weil das heißt nur, dass man selber sich schon genug Gedanken darüber gemacht hat, wie gehe ich mit meiner unter Anfangsstrichen Freizeit um und wie gehe ich mit meiner eigenen Arbeitszeit um. Und da macht es Sinn. Aber im Gesamtkontext ist das sehr wohl ein Faktor. Also das quasi zu leugnen, dass das ein Issue ist, sozusagen, finde ich schwierig. Ja, also ich glaube, es ging weniger um das Leugnen. Ich glaube, es war mehr aus der Perspektive sozusagen einer sehr integrierten, also ich meine jetzt in die Persönlichkeit integrierten Vorstellung von dem, was Arbeit ist. Plus, dass du, wenn du in der glücklichen Situation bist, dass du die Arbeit für dich sozusagen ein Quell von Lebensenergie ist und du daraus eben dein Wohlbefinden, deine Energie, das habe ich schon gesagt, aber auch andere Sachen ziehst, dann ist es, glaube ich, das leichter, also ist es leichter, das zu integrieren und da auch dich abzugrenzen. Du hast schon die Grenze gebracht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, für sich da klarer zu werden und zu sagen, wir haben zum Beispiel das Stichwort des Shutdown-Journals gebracht, also wie kann ich meinen Arbeitstag beenden, sodass ich übergehe in eine andere, nennen wir es jetzt Phase des Tages, wo ich dann zum Beispiel eben für Familie da bin. Und ich glaube, dass man sich über sowas klarer wird und auch bewusster wird, ich glaube, das wäre eine sehr wichtige Fähigkeit, die man vielleicht eben erst entwickeln muss, wenn man mit dieser Homeoffice-Geschichte noch nicht vertraut war und die einem da, glaube ich, sehr behilflich sein könnte. Was ich auch ganz interessant finde, und das passt halbwegs gut sogar dazu, ein ganz lustiger Artikel eigentlich, den ich jetzt gelesen habe, können wir in der Beschreibung dann auch natürlich verlinken, wurde untersucht, wie viel Freizeit unter Anführungsstrichen notwendig ist, dass das Wohlbefinden quasi noch gut ist unter Anführungsstrichen. Und das war eigentlich eine ganz interessante, so erste kleine Studie oder ganz interessante Experimente, wo sich halt ausgestellt hat, dass es sehr wohl eine Grenze gibt von zu viel Freizeit haben. Dass es einfach diesen Mittelweg geben muss zwischen ich habe genug unter Anführungsstrichen zu tun mit unter Anführungsstrichen echten Sachen und der Zeit, die ich mir selber nehmen kann für eben Hobbys oder Sport oder sonstige klassische Freizeitaktivitäten. Also fand ich eigentlich ganz interessant, dass es sehr wohl diesen Rahmen geben muss, dass man sich auch irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so wohl fühlt, wenn man den ganzen Tag nur herumliegt, um das jetzt sehr überspitzt zu sagen, und halt beziehungsweise in dem Kontext konkret herumliegt und nicht währenddessen ein Buch liest oder währenddessen seine Rechnungen sortiert oder so, sondern tatsächlich nur rumliegt und die Zeit geht quasi dahin. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ja auch zu dieser Grenze dazu passt, die du erwähnt hast, dass man das einfach auch für sich verstehen muss, wo es aufhört und wo es gesund ist, dass es aufhört sozusagen. Ja, ich glaube, dass da viele eine geradezu naive oder utopische Vorstellung haben von was würde ich denn tun, wenn ich nicht arbeiten müsste und dass das aber in Wahrheit dann kaum durchhaltbar ist. Also ich glaube, man kann das am besten vergleichen mit Menschen, die in die Pension gegangen sind und dann auf einmal sozusagen vor der Tatsache stehen, dass ihr Tag überhaupt nicht mehr strukturiert ist, sie praktisch machen können, was sie wollen, was aber dann oft ausartet unter Anführungszeichen dahin, dass sie dann einfach für Dinge, die man halt so normalerweise neben der Arbeit irgendwann erledigt hätte, auf einmal sozusagen entweder den halben Tag oder vielleicht sogar den ganzen Tag dann schon in Anspruch nehmen, einfach nur um das zu tun und dann vielleicht sich entsprechend ein bisschen zu erholen nachher daraus. Und ich glaube, da wäre es auch wieder so wichtig, sich einfach darüber klar zu werden, was sind denn Dinge, die für mich wichtig sind und sich da sozusagen die Prioritäten zu legen und aber auch zu sagen, für das möchte ich mir bewusst Zeit nehmen. Also um aus diesem gehetzten Modus herauszukommen und gleichzeitig aber auch für das, was einem wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen und daran eben einerseits dann vielleicht, je nachdem was das halt ist, zu wachsen, aber auch um sich entsprechende Befriedigung im weitesten Sinne zu holen, die man eben braucht, um dann wieder gut zu funktionieren. Das ist jetzt natürlich ein sehr, naja, man könnte fast sagen, kapitalistischer Begriff, aber um sozusagen auch aus der Arbeit dann das meiste für sich herauszuholen, was ja vermutlich viele andere Ziele, die man so hat, auch mit befördert, weil niemand möchte, glaube ich, irgendwie unerfolgreich sein in dem, was er tut. Manchen ist vielleicht weniger wichtig als anderen, aber ich glaube, eine gewisse Art von Erfolg zu haben in dem, was man tut, hilft einfach im generellen Wohlbefinden, würde ich jetzt formulieren. Zwei Sachen sind mir da eingefallen. Das eine, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, das passt zu dem Ersten, was du gesagt hast, nämlich also quasi Pension oder Ruhestand und dann sich mal zurechtfinden müssen in dem Tag oder in dem neuen Leben sozusagen. Und für alle, die vielleicht weniger irgendwie auch Profisport verfolgen oder weniger nah drin sind in sowas, kann ich auch empfehlen, vor allem in die Richtung nachzulesen, wie geht es wirklich Profisportlern, die quasi zurücktreten. Weil da ist es eine ähnliche Situation, wo man sich ja vorstellen muss, und das hatten wir schon ein paar Mal, dass es nicht nur die Wettkämpfe gibt, auf die man sich vorbereiten muss, sondern das ganze Leben besteht quasi aus dem Training sozusagen und aus dem Vorbereiten auf Wettkämpfe. Und da muss man sich mal vorstellen, wenn man das über vielen Fällen schon in der Jugend beginnen macht und dann hat man mal 20, 25 Jahre in diesem Rhythmus verbracht. Und da muss man sich mal vorstellen, wenn das auf einmal wegfällt, wieso, also dann wird es einem klar, wieso so viele zurückgetretene Profisportler oder, es reden natürlich noch nicht so viele drüber, aber das gibt hin und wieder, also es gibt mehr und mehr, sag ich mal, Accounts darüber, die das tatsächlich offen ansprechen, nämlich, das führt natürlich zu einer massiven Depression, weil man hat nichts mehr, wofür man quasi auch irgendwie aufstehen muss, weil es eben keine Wettkämpfe mehr gibt. Es gibt Training, macht man, also das ist eigentlich ganz lustig, weil das kann man so als, eigentlich nicht mal so als Amateursportler so richtig nachvollziehen, weil als Amateursportler oder einfach ein Mensch, der gesund sein möchte, da ist halt Bewegung und Sport, ja, das ist halt so Teil, das macht man halt, wenn man irgendwie sich dem bewusst ist, dass man gesund leben möchte. Aber ein Training für einen Profisportler ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Das heißt, wenn man das dann auf einmal wegnimmt und es nicht mehr heißt, naja, du musst jetzt irgendwie jeden Tag zwei Trainings machen, sondern eigentlich reicht es, wenn du zweimal, dreimal die Woche trainierst, weil du hast ja keinen Wettkampf. Das heißt, da gibt es eigentlich nichts, worauf du jetzt irgendwie trainieren musst. Es ist ein massiver Einschnitt. Es ist ein massiver Einschnitt in die ganze Lebensplanung und das Lebensverständnis. Und das kann natürlich genauso zu den ganzen Issues führen. Und der zweite Punkt, der irgendwie da so ein bisschen anschließt, den ich auch recht interessant finde, was natürlich mehr so in die Psychologie geht, ist zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, das Main Search for Meaning von Viktor Frankl. Man kann quasi halten, was man möchte von seinen Beschreibungen über seine Zeit oder quasi dann auch über das Konzept, was er entwickelt hat. Aber es sind schon viele interessante Dinge drinnen, die natürlich massiv auch da hineinspielen, nämlich wofür es sich lohnt, sozusagen etwas zu tun. Und das zu tun, formuliere ich jetzt ganz bewusst sehr offen, weil tatsächlich nach dem Aufstehen, also nach dem Aufstehen und Anführungsstrich, nach dem Aufwachen in der Früh, muss es irgendwas geben, das einen überhaupt aus dem Bett bringt. Und alle, die vielleicht selber schon irgendwie depressive Phasen hatten oder vielleicht Freunde, Bekannte haben, die darunter gelitten haben und mit den Menschen noch geredet haben, die wissen vielleicht, wie sich das anfühlt, wenn man in so einer Phase ist. Und das ist nämlich das Allerschlimmste, weil dann steht man, also man wacht auf, aber dann ist der Tag schon fertig für einen. Also es gibt einfach nichts, was einen zieht, überhaupt aufzustehen und aktiv zu werden. Und das ist ein massives, das ist einfach ein massives, wie soll ich sagen, ein riesen Steinbruch, an dem man halt sehr, sehr lange und viel mit kleinen Werkzeugen, mit großen Werkzeugen halt ran muss, weil es einfach schwierig ist, also unheimlich schwierig. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass das natürlich auch in diese Arbeitswelt und vor allem in diese Work-Life-Balance-Frage hineingeht. Ja, ich glaube, was sich da jetzt durchzieht von dem, was du jetzt gebracht hast zwischen Profisportler bis Amateursportler bis normalen Menschen, der im Arbeitsprozess steht, ist, glaube ich, diese Struktur, die von außen vorgegeben wird, die es, glaube ich, vielen Menschen sehr viel einfacher macht, unter Anführungszeichen zu funktionieren, weil du einfach, da stellen sich dann keine Fragen. Es ist dann einfach, ja gut, ich muss halt um 8 oder um 9 oder wann auch immer im Büro sein, das heißt, ich muss halt einfach um 6 Uhr oder um 7 Uhr aufstehen, ich muss dann frühstücken, ich ziehe mich dann an und dann fahre ich dorthin und dann bin ich, weil ich schon mal dort bin, arbeite ich dann. Und viele Selbstständige kennen das vielleicht auch, dass es da wenig Struktur gibt beziehungsweise, dass man sich diese Struktur selber kreieren muss und ich glaube, das ist genau das, was du beim Profisportler, der seine Karriere beendet hat, erwähnt hast, weil davor bist du vielleicht sogar fast dein ganzes Leben in einer Situation, wo durch Trainer und durch das System, was da außenrum geschaffen wird, einfach immer klar ist, wie die Struktur deines Tages ausschaut, wann du wo bist, wann du was machst, wann du zum Wettkampf fährst, etc. Das ist alles geregelt und eingetaktet und auf einmal sagst du Danke, das war's und dann gibt es nichts mehr dahinter. Du kannst aufstehen, wann du willst, du kannst machen, was du willst, du kannst schlafen gehen, wann du willst. Es interessiert sich einfach gar niemand dafür, wie du das tust, was du tust und so weiter und ich glaube, wenn du da nicht ein bisschen vorgebaut hast oder wenn du da nicht Ideen hast, was du tun möchtest, dann wird das eine wirklich sehr schwere Zeit glaube ich werden. Ja, wobei ich finde das eigentlich, also ich glaube, dieses Profisportbeispiel ist relativ gut, weil, ich meine, es ist wieder die Frage, wie viele natürlich aktiv Sport verfolgen, aber da gab es ja gerade jetzt während der Olympiade gute Beispiele dafür, was eigentlich diese quasi mentale Gesundheit und wie man dieser Work-Life-Balance vielleicht diskutieren müsste oder darüber nachdenken müsste, weil ja da zum Beispiel auch die Simone Biles, die große Gymnastik oder genau, ich glaube, sie macht alle möglichen Disziplinen für das amerikanische olympische Team und sie hat quasi zurückgezogen aus bestimmten Events, weil sie einfach gesagt hat, sie braucht diese mentale Pause sozusagen und das war ja halt alles irgendwie zu viel und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil da gab es natürlich auch ganz viele andere, also ich sage jetzt mal interessante Argumente, die, oder Argumentationen, die natürlich gemeint haben, naja, aber das ist, das ist quasi dein Job, also wie kann es sein, dass du von dem eine Auszeit nehmen musst, nur weil du irgendwie mental eine Pause baust und das finde ich irgendwie sehr schwierig als Argument, weil das ist halt so eine, also das ist vielleicht etwas, das sich jetzt über die letzten 18 Monate langsam verändert, dass halt mehr und mehr Menschen auf diese mentale Gesundheit schauen, aber das fand ich trotzdem sehr interessant, nochmal zu hören, dass es auf der Ebene nach wie vor, also von Fans eher vernachlässigt wird, weil eben, das ist quasi dein Job und den musst du machen, ob du dich jetzt gut oder schlecht fühlst und finde ich, finde ich eine sehr schwammige Grenze, ehrlich gesagt, weil ich meine, können wir auch an unsere eigene Sportkarriere denken, auch wenn das natürlich ein anderes Niveau ist oder Niveau war, mit natürlich anderen Erwartungen von außen, anderem Druck und so weiter, anderer Leistungsstufe, aber es war natürlich trotzdem immer diese Überlegung da, dass wenn es einem nicht gut geht, dann muss man das trotzdem machen oder man spricht das natürlich nicht an, weil man ist ja irgendwie die Verantwortung für das Team und so weiter und so fort, also ich finde das sehr schwierig noch immer und halt einfach sehr schwammig, das zu argumentieren, ja, das ist einfach dein Job und den musst du machen, weil das, 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 wie sagt man, das nimmt halt überhaupt nicht in die Rechnung, dass quasi auch der Kopf zur Gesundheit dazu gehört, weil irgendwie ist das für mich auf der gleichen Ebene von, na gut, du hast halt ein gebrochenes Bein, aber das ist dein Job, du musst den machen und wenn du dein, dein Tumbling mit deinem gebrochenen Bein nicht machen kannst, ja, dann bist du ganz schlecht, das funktioniert nicht, also das ist einfach diese Trennung von quasi körperlicher Gesundheit und metaler Gesundheit, ich hoffe, dass die, diese Trennung wird ein bisschen weniger in, also jetzt nach Corona auch noch weniger, dass man das versteht, dass beides sehr relevant ist. Ja, das Bild, was bei mir sofort aufgepoppt war, war einfach der Athlet als Maschine, der sozusagen immer funktionieren muss, egal, wie die, wie die Rahmenbedingungen sind, egal, wie das persönliche Gemüt sozusagen gerade dem entspricht, im Football gibt es ja auch oft die Aussage, dass die Stage sozusagen zu groß ist, also man meint damit, dass bei einem großen, wichtigen Spiel, wie einem Playoff zum Beispiel oder dann im Football ein Superbowl, dass das sozusagen zu groß ist und man meint genau damit, dass die Leute sozusagen sich das zu sehr zu Herzen nehmen, quasi emotional und geistig und dann in der Anführungszeichen nervös sind und dann einfach ihre Leistung nicht abrufen können aufgrund dessen, was von außen an sie herangetragen wird und viele kennen das, es gibt im Sport immer wieder mal sogenannte Trainingsweltmeister, da gibt es wirklich arme Athleten, die im Training bessere Leistungen abrufen können, also wenn es jetzt zum Beispiel um gestoppte Sachen wie beim Schwimmen oder Laufen geht, die können bessere Zeiten im Training erreichen, als sie es dann im Wettkampf bekommen, weil sie im Wettkampf so eine Situation im Kopf erreichen, dass sie so angespannt und aufgeregt sind, dass sie einfach das nicht mehr abrufen können, was möglich ist und ich glaube, da gibt es ein ganz breites Spektrum von Möglichkeiten und gerade im Team, du erinnerst dich vielleicht, war immer wieder die Situation die, dass man welche hat, also Athleten hat, die auf der einen Seite ein bisschen zu wenig sozusagen in der Aufregung sind und die man ruhig durchaus ein bisschen heranführen muss dass es welche gibt, wo das gerade super passt und dass es einige gibt, die durchaus zu aufgeregt sind sozusagen für ein Spiel und deswegen dann zum Beispiel in der Sicht massiv verengt sind und einfach, ich nehme an, dass das einfach Stresssymptome sind, also die, die einfach so angespannt sind, dass sie eben auch ihre Leistung nicht abrufen können und da ging es darum, die wieder sozusagen ein bisschen herunterzuholen, was wir getan haben mit mentalen Übungen und ähnlichen, um sozusagen alle in diesen richtigen State zu bekommen, um ein Spiel zu spielen zu können und das gilt glaube ich für sehr viele Sportarten und ich glaube, es ist auch absolut legitim, diesen Schluss zu ziehen auf viele Arbeiten im normalen Berufsleben. Wir sprechen ja oft über, dass man im Flow ist und dass man dort eben die beste Leistung abrufen kann und da geht es ja im Wesentlichen um die Länge dieser Wellen, die im Gehirn sind, also irgendwie, dass du im Alpha-Stadium bist oder Beta glaube ich und das Flow, weiß ich jetzt gar nicht, in welchem das ist, aber einfach die Tatsache, dass du dann deine perfekte Leistung abrufen kannst und ich glaube, die meisten von uns kennen das, es gibt einfach so dieses Stadium, wo du das Gefühl hast, jetzt geht dir einfach alles von der Hand, du bist jetzt für zwei Stunden, schaffst du den halben Wochen Output und bist einfach unglaublich produktiv, bist genau in der Sache, alles, was du angreifst, funktioniert und tut und alle kennen mal, dass das dann Phasen gibt, wo das nicht so ist. Ja, was ich, was mir jetzt gerade einfällt, was ich unheimlich spannend finde mit dem Beispiel, also mit dem Sportbeispiel vor allem, weil, also, wieder quasi der Disclaimer ist, wir waren jetzt natürlich nicht auf irgendwie Olympia-Niveau, klar, irgendwie auf nationaler Ebene vielleicht dann ein bisschen weiter und sicher größere Turniere über Europa hinweg gesehen, das ist noch alles okay, ist natürlich nicht das gleiche Level, aber selbst wir in unserer relativ kleinen Sportart mit nicht so viel Steaks sozusagen, weil es einfach eine kleine Sportart war oder ist, haben quasi als Trainer darauf achten müssen, dass wir, oder wir haben es natürlich gemacht, das machen natürlich nicht alle Trainer, das ist klar, dass man versucht, eben alle in den richtigen Gemütszustand zu bringen, das ist, glaube ich, sehr wertvoll, aber jetzt musst du dir mal vorstellen und das ist eigentlich verrückt, wenn man, also so wie du das Beispiel gedacht hast und dann kurz geschwenkt hast auf die Arbeit, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich verrückt, dass es in der Arbeitswelt so etwas nicht gibt, also das ist eigentlich ist das ziemlich ziemlich heftig, also es wird keine Führungskraft das mitbedenken, also nämlich tatsächlich auf der Ebene, auf der wir das jetzt aus dem Sport gebracht haben, nämlich es geht um einen, ich sage jetzt, ich versuche jetzt den Transfer zu machen, auf einen konkreten Projektabschluss, also es kommt eine Deadline und würde ja aus dem Sport quasi heißen, es kommt ein Turnier oder es kommt ein Spiel und vor diesem Spiel muss ich natürlich alle auf diese richtige Ebene bringen und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie viele Führungskräfte gibt es wohl oder wie viele Unternehmen, wie viele Teams gibt es wohl, die das auf irgendeiner Ebene überhaupt machen, dass quasi eine Deadline kommt und dann ist man so weit quasi als in einer Leadership-Position, dass man das checkt, dass, naja, aber die Person ist ein bisschen zu da und die andere ist ein bisschen zu weit drüber und wir wollen ja quasi erfolgreich sein in diesem Projektabschluss, wie bekomme ich das hin und ich finde das also, finde ich fast crazy, dass es irgendwie, also, das, ja, ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich mir noch nie über den Transfer Gedanken gemacht habe, dass selbst wir eben teilweise im Nachwuchssport und in einem Amateursport hatten wir die Möglichkeit auf sowas zu achten vor einer, vor einer, ich sage jetzt wieder Deadline oder vor einem Projekt, aber wenn ich jetzt an die Arbeitsstrukturen denke, hatte ich das noch in keiner einzigen Arbeitsstruktur, dass irgendjemand darauf geachtet hat, die Leute auf die richtige mentale Ebene zu bringen vor einem Abschluss, da hat man sich meistens selber darum kümmern müssen oder wenn man irgendwie unheimlich viel Glück hatte, hat man vielleicht irgendwie Teammitglieder gehabt, die dann irgendwie gesagt haben, so hey, auf geht's, das wird cool, weil sie vielleicht eben gespürt haben, dass man zu down ist oder halt eben zu weit oben waren, vielleicht, das passiert vielleicht noch am öftesten, dass es Gruppen oder Teammitglieder gibt, die dann merken, ah, die Person ist ein bisschen zu überdreht, ich werde sie vielleicht beruhigen, aber wie oft passiert das wirklich, also das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ich hätte diesbezüglich auch noch ein Beispiel eigentlich, also es gibt eben immer wieder welche, die sozusagen mit dieser Aufregung oder mit diesem Stress einfach nicht so gut zurechtkommen wie andere und wenn du jetzt diese Deadline, die du da angesprochen hast, probierst hart zu enforcen, weil du halt der Meinung bist, das muss halt, bis dorthin und dann jeden Tag, weiß ich, in der Früh einen Zampo noch aufführst und sagst, so und das muss und muss und muss und muss, dann gibt es sicher einige, die da sehr positiv darauf reagieren, was eben, wie angesprochen, diejenigen sind, die vielleicht von der, von der, vom Begeisterungslevel vielleicht ein bisschen zu sehr unten sind, ja, aber auf der anderen Seite, die, die sich sowieso das sehr zu Herzen nehmen und, und Sachen schaffen wollen, die pusht du damit vielleicht übers Limit drüber und die können dann vielleicht nicht mehr in der Performance agieren, in der sie das eigentlich tun wollen würden, weil sie dafür einfach Entspannung und Ruhe brauchen, um dann sozusagen ihr Potenzial abrufen zu können und wenn du da halt reinfahrst und den ganzen Tag halt davon redest, wie wichtig das jetzt ist, dass wir das unbedingt am Freitag hinbekommen müssen und ob sie das eh schaffen und dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn die dann auf einmal, ja, das halt dann nicht so klappt, wie du das gehofft hättest, ja. Ja, also ich denke mir nur gerade, dass das sehr, das ist tatsächlich wieder so eine zentrale Geschichte, finde ich, wenn ich jetzt zurückdenke an, an, an eigene Teams oder an eigene Staffs, die, die ich quasi hatte, ist das mal besser, mal schlechter gegangen, aber ich habe oft im Kopf, dass es sehr wohl dann auch andersrum funktioniert hat, sozusagen, dass man nicht, dass man auch von anderen Personen das tatsächlich bekommen hat, dass wenn man zu down war, dann ist man gepusht worden und umgekehrt natürlich genauso und ich denke mir gerade, dass es wirklich zentral als, ja, wieder in, egal welcher Ebene, aber in einer Leadership-Position, dass man sowas im Blick hat oder nicht nur im Blick hat, sondern dass es halt einfach, weil für mich führt das, also nicht führt, sondern das ist für mich Teil dieser Dinge, die ich sowieso die ganze Zeit irgendwie erwähne oder predige, ist halt, dass die, das Wichtigste ist die Beziehungsebene unter Mitarbeitenden und vor allem auch als Führungskraft, also das war für mich immer zentral, wenn ich in einem Team war und dann auch quasi in anderen Positionen war, dass ich wirklich alle gut kenne sozusagen oder halt einfach eine bestimmte Beziehungsebene aufbauen kann, weil das einfach, es öffnet einem Möglichkeiten, andere Tools zu nutzen und eben jetzt im Nachhinein denke ich mir, es hätte noch wesentlich mehr Tools gegeben, die ich hätte nutzen können aufgrund der Basis, die ich vielleicht aufgebaut habe und für mich gehört das massiv dazu, einfach dieses, die Leute so weit kennenzulernen, dass man zumindest dem näher kommt zu verstehen, auf welcher mentalen Ebene sie sich bewegen, wenn es um Projekte oder um Deadlines geht, also tatsächlich, wo etwas Handfestes notwendig ist und ich glaube, da geht es jetzt gar nicht darum, dass man für alle, für den ganzen Staff oder Mitarbeitende einen Therapieersatz bietet oder halt das in dem One-on-One-Gesprächen abdeckt, sondern, dass man in den Zeiten, wo es hart auf hart kommt, dass man genau dort quasi eingreifen kann und dort die Leute eben entsprechend abholt und auch weiterbringt, weil, ja, es geht jetzt nicht um das Standard-Tagesgeschäft, weil das wird jede Person hinbekommen, unabhängig von mentalen Kapazitäten, sondern es geht genau um die schwierigen Zeiten sozusagen, was wir auch hin und wieder außerhalb des Podcasts gesagt haben, ist halt irgendwie Schlechtwetter-Leadership sollte der Marker sein und nicht das, wenn alles schön läuft und alle verstehen sich gut und alle Produkte werden fertig, Deadlines werden eingehalten, weil, okay, dann hat man natürlich einen einfachen Job auch als Führungskraft und das Wichtige ist, was passiert, wenn eine Deadline vorversetzt wird, was ist, wenn ein neues Teammitglied kommt und man es eingliedern muss und was ist, wenn es Konflikte gibt, also das sind ja genau die Punkte, wo man seine Qualitäten beweisen kann und ich glaube, das gehört massiv dazu. Ja, das gehört auf alle Fälle dazu, also ich finde, du hast das sehr gut formuliert geradezu, also das einfach, wenn du kommst und man kann alles sagen, das interessiert dich sozusagen nicht, weil das hat im Arbeitskontext nichts verloren, aber damit beschneidest du halt die Menschen um einen großen Teil, der sie als Mensch, aber auch als Persönlichkeit ausmacht und ich glaube einfach, das muss Platz haben, wenn du ein High-Performing-Team aufbauen möchtest und ihm die Möglichkeit überhaupt geben möchtest, miteinander zu arbeiten und für das Gesamtziel hin zu agieren, also ich glaube, da führt fast kein Weg außen rum, zumindest dann, genau wie du es gerade erwähnt hast, wenn es auf dem Weg dorthin Konflikte gibt und ich meine, dass es die nicht gibt, heißt meistens eher, dass sie unter den Teppich gekehrt werden, als dass es sie nicht gibt in Wahrheit, also. Ja, ja, das finde ich ein guter Punkt, dass es dieses Bewusstsein erstmal braucht, dass es, also ich meine, so wie du es gesagt hast, wenn man glaubt, es ist alles in Ordnung, schwierig, dann wird es vermutlich irgendwo nicht passen, weil das kann nicht sein, ja, man muss halt irgendwie auch proaktiv so ein bisschen sich selber seine eigene sein eigenes Tun auch ein bisschen reflektieren, worüber wir ja auch viel reden und ich meine, es ist wie immer, wenn irgendwie alles gut läuft, dann finde ich also was unrealistisch, dass da nicht irgendwo eben, wie du sagst, etwas unter den Teppich gekehrt worden ist. Ja, also ich meine, kann auch passieren und man soll da quasi nicht irgendwie was suchen, was dann vielleicht nicht da ist, aber ich finde diese Wörter, die du gerade ausgesprochen hast, die möchte ich einfach mitnehmen, also diese Bewusstseinswerdung und auch das Reflektieren, das passt halt wunderbar zum Eingangsthema der Work-Life-Balance, einfach, dass du dir klar wirst, okay, was ist für dich im Leben wichtig, was sind Dinge, die du erreichen möchtest, was sind Dinge, die du vielleicht sogar im Kleinen jeden Tag erreichen möchtest. Ich habe da den Spruch gelesen, das war kein Spruch, sondern ein Beispiel, ich überlege jetzt gerade, wo es her war, nein, nicht so wichtig, dass jemand versprochen hat, dass er am Wochenende nicht arbeitet und dass er zum Abendessen zu Hause ist mit seinen Kindern und Family halt und dann so in einem Zwinker-Nachsatz war das so und wenn das auch manchmal geheißen hat, dass ich halb um halb vier dann ins Büro fahren muss in der Früh, meint er damit und das ist einfach so ein schöner Punkt, um es durchzubringen, er findet das halt extrem wichtig und hat das halt für sich erkannt, als er möchte diese Zeit investieren in seine Family und das heißt für ihn eben am Wochenende nicht arbeiten und das heißt gemeinsam Abend zu essen und es ging unter dem Mantel, dass wenn man sich sozusagen dogmisch daran haltet, weil man sagt, das ist so wichtig, dass es einfacher ist, ich mache das jeden Tag, also sozusagen jeden Tag um halb fünf dann zu entscheiden, na fahre ich jetzt schon nach Hause oder ist jetzt diesmal die Arbeit wichtiger und das deckt sich mit dem einher, was wir über das Shutdown-Jurnaling gesagt haben, eine fixe Zeit sich zu vereinbaren, wo man in diesen Modus kommt, dass ich möchte jetzt die Arbeit für mich da beenden, ich möchte vielleicht noch ein paar Gedanken darüber loswerden, die ich dann zum Beispiel niederschreibe, weil das einfach dem Reflexionsprozess dienlich ist und daraus ich sozusagen meine Erkenntnisse gewinne, diese Bewusstseinswerdung, passt das eigentlich so, wie es für mich gerade läuft oder passt es eben nicht, weil ich glaube, da muss man sich schon sehr im Klaren darüber sein, weil sonst wird man irgendwann aufwachen und feststellen, man ist da in eine Richtung unterwegs gewesen oder man saß in einem Autobus, der wohin gedüst ist, wo man eigentlich gar nicht so hin wollte. Ja, ich glaube da, ich glaube da, das Zitat habe ich schon mal gebracht und ich habe es damals schon nicht sinnvoll rübergebracht, wenn man nicht, also quasi diese ganze Busmetapher, die du jetzt gemeint hast, mit wenn man nicht aufpasst, wohin man fährt, dann wird man auch tatsächlich dort ankommen und das ist nicht immer gut, weil man hat nicht aufgepasst tendenziell, wo man hinfährt und vielleicht ist das nicht so positiv und was aber noch zu diesem Schuttweise verbessern, das ist natürlich auch massiv aus der historischen Philosophie und Seneca und wie auch immer Markus Aurelius, das ging quasi immer in die Richtung, dass dieses ganze Tagebuch schreiben, da ging es tatsächlich darum, dass man seinen eigenen Tag plant mit ein bisschen Voraussicht und auch vielleicht um sich selber ein bisschen mehr Verantwortung zu geben für das, was man quasi vorhat und plant und jeden Tag auch das als Review zu setzen, das heißt eben wieder diese Verantwortung zu übernehmen, habe ich den Tag tatsächlich so rüberbringen können, wie ich mir das mal geplant habe in der Früh und das führt aber genau zu den Punkten, dass ich dann vielleicht über eine gewisse Zeit mir das Ganze verfeinern kann, was ist mir wichtig, was möchte ich tatsächlich gemacht haben an einem Tag und dass ich mich eben, also wieder klassisch aus der historischen Philosophie, Schritt für Schritt Verbesserung zu bringen, das kann jeden Tag was ganz Kleines sein, aber einfach diese Verbesserung zu bringen und das geht natürlich nur mit den Schritten des Bewusstseinswerdung und halt für sich selbst einen Rahmen abstecken, was einem wichtig ist, also es schließt ja zum Glück nichts aus, also wenn ich unter Anführungsstichen viel arbeite, aber ich werde mir bewusst, dass ich eigentlich auch gerne extra Zeit mit den und den Freunden verbringen würde und oder der Familie irgendwelche Hobbys machen möchte, dann startet das natürlich mit einer Bewusstwerdung und dann kann ich das quasi Schritt für Schritt in kleinen Häppchen sozusagen versuchen rüberzubringen, dass ich mal eben sage, heute fahre ich irgendwie eine halbe Stunde früh aus der Arbeit nach Hause und hole meine Kinder und wir fahren direkt danach, weiß nicht, auf einen Spielplatz und bleiben dort mal, einfach nur, damit wir das so Schritt für Schritt näher bringen, also das ist ja quasi genau der Punkt, das ist mir bewusst geworden und ich kann das auch dann reflektieren, welche kleinen Schritte ich machen kann, also es muss ja nicht heißen, dass man sofort irgendwie seinen Job kündigt sozusagen und irgendwie irgendwie in eine Hippie-Kommune fährt, nur damit man unter Anführungsstrichen viel Zeit mit seiner Familie verbringen kann, sondern es geht tatsächlich darum, den Rahmen für sich selber zu finden und das finde ich eigentlich ein guter Punkt, dass wir wieder diesen Kreis schließen von Work-Life-Balance-Zug, also Bewusstwerdung und Tagebuch schreiben, das finde ich eigentlich sehr wichtig herauszuheben. Ja, ich fand das geradezu wunderbare Schlussworte, ich möchte eines nur noch kurz ergänzen, aber das passt glaube ich sehr gut rein, auch die Woche ein Gespräch gehabt mit einem Assistenten vom CFO, also dem Chief Financial Officer von einem sehr namhaften österreichischen Konzern und er hat dann gemeint, er hat irgendwann, ich glaube Anfang des Sommers hat er gemeint, beschlossen, seinen eigenen Perfektionismus ein bisschen zurückzufahren und mal zu schauen, was passiert und er hat gesagt, es hat ihm an Lebensqualität massiv viel gebracht, weil es ihm natürlich Zeit gebracht hat und er hat gesagt, das Feedback sozusagen von außen war fast unverändert, es ist fast nichts passiert, es war fast alles genauso gut quasi wie es vorher war, aber er hat sich sein Leben massiv vereinfacht dadurch und das möchte ich einfach nur deswegen mitgeben, wenn man einfach schauen muss, glaube ich, wie viel von dem, was man tut und leistet, ist notwendig, wie viel möchte man tun, was ist sein eigener Qualitätsanspruch, aber auch, dass man immer wieder mal überprüft, ob man das sozusagen über das Ziel hinaus schießt oder dort eh auf einem, auf dem richtigen Weg unterwegs ist und der Rest ist genau in deinen Worten, wie du es gerade gebracht hast. Ich glaube, das, ich glaube, schöner kann man es eh nicht mehr abrunden eigentlich. Gut, dann können wir das beenden. Ja, gut, danke ich mich fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.